You know what the real fight, what's the real money fight indeed? You're ready to move with your son. This is the DC. I don't want to fight for your chicken. I'm going to fight for your own man. The King is back. Bam, Freunde. Da sind wir. Mit meiner Prognose zu UFC 302. Islam Makachev gegen Dustin Poirier. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0.30 Uhr geht's los auf dem UFC Fight Pass mit den Early Prelims. Die normalen Prelims dann ab 2 Uhr, ab 4 Uhr dann auch auf The Zone zu sehen. Die Main Card Hauptkampf, denke ich mal, um den Dreh. 6 Uhr sollten wir damit rechnen können. In diesem Video werfe ich einen Blick auf die Card. Natürlich gibt's meine Tipps zu den, ich sag mal, zur Main Card auf jeden Fall. Davor schauen wir mal. Die eine oder andere Perle ist dabei. Das eine oder andere Wort werde ich dazu verlieren. Und wir werden uns dann mal durch die einzelnen Fights von unten nach oben auf der Card durcharbeiten und schauen dann am Sonntag, wie immer im Fazit, wie viele von meinen Tipps waren ein bisschen was wert, wie viele waren irgendwelche Glückstreffer und wie viele waren wieder ein kompletter Griff ins Klo. Wie angekündigt starten wir mit den Early Prelims, auch genannt den Fight Pass Prelims, mit dem Fliegengewicht Raposo gegen Lima. Lima, der sich eine neue Tätowierung zugelegt hat, nachdem er in seinem letzten Fight gebissen wurde von seinem Gegner. Ich glaube, das hat doch der eine oder andere mitbekommen. Lima hier auch großer Favorit. 8 zu 0, sein Kampfrekord. Blenden wir euch hier auch kurz ein. Geiles Bild übrigens mit diesem Hut auf dem Kopf. Super Mario noch. Entspannter Typ. Durch Disqualifikation halt sein Debüt gewonnen. Davor schon über die Contender Series gekommen. Auch sein Gegner, Mitch Raposo, über die Contender Series, aber durch Umwege. Kam an Hayley nicht vorbei. Hat dort verloren in der Contender Series. Danzig allerdings über vier Siege sich quasi über die Hintertür nochmal ein Ticket zurückgeholt für die UFC. Interessanter Fight. Ich sehe auch Lima hier als Favorit. Aber wir sollten sehr viel, sehr schnelle Action sehen im Fliegengewicht der UFC. Perez gegen Edwards. Edwards eine sehr, sehr unorthodoxe Kämpferin. Unorthodox. Soll nicht wirklich negativ klingen, aber es sieht manchmal schon so ein bisschen... Unorthodox ist der professionelle Begriff dafür. Deswegen belastet es einfach nochmal. Perez Favoritin. Da gehe ich auch mit einher. Mickey Gall gegen Basil Hafes. Ich glaube, Spitzname ist über Habibi. Geiler Spitzname grundsätzlich. Ist für Mickey Gall auch wieder, hier sehen wir ihn, so ein Fight. Ich weiß nicht genau, welche Rolle Mickey Gall in der UFC hat. Wenn wir uns angucken, wie es anfing. Man hat einen Gegner für CM Punk gesucht. Dann gab es den Ausscheidungskampf gegen Mike Jackson. Wo klar war, okay, wer den gewinnt, der kämpft gegen CM Punk. Den Fight hat er gewonnen. Gegen Sage Northgardt und einen anderen. Wobei, CM Punk war kein Hype Train, aber Sage Northgardt war einer. Den so ein bisschen gestoppt mit seinem Grappling. Dann allerdings, als es auch gegen bessere Competition ging. Hier sehen wir Randy Brown, der auch auf dieser Kart kämpft. Diego Sanchez, Mike Perry, Morono, Mike Mallett. Da kam er dann irgendwie auf keinen grünen Zweig mehr. Guter Grappler, aber auch gute Nehmerqualitäten. Mit der Ausdauer ein bisschen Probleme. Kämpft jetzt gegen Basil Hafes, der bei seinem Debüt mit De La Madalena direkt einen schweren Gegner bekommen hat. Und das war eine Split-Decision, wo viele gesagt haben, boah, ich habe Hafes eigentlich vorne gesehen. Der hat mit seinen Takedowns, mit dem Grappling, genug gemacht. 8 zu 4 ist jetzt vielleicht nicht der Rekord, wo man sagt, okay, beeindruckend. Wobei, Zahlen spiegeln nicht immer alles wieder. Allein hier diese Split-Decision gegen Jack De La Madalena, da ist auch die Niederlage, finde ich, schon was wert. Mit seinem Debüt bei der UFC. Andere Niederlage gegen Evan Katz, der hat er danach wieder rückgängig gemacht oder beziehungsweise Quid gemacht, indem er ihn ausgenockt hat. Interessanter Fight. Und Mickey Gerl ist, scheinbar kommt über diese Rolle als Gatekeeper. Prüfstein für die, die erst sich in der UFC beweisen wollen. Irgendwie nicht hinaus. Hafes ist, glaube ich, der große Favorit. Minus 425. Und, also ich kann schon verstehen, warum. Weil, auch wenn er natürlich mit einer Niederlage in diesen Fight kommt, das war, ich sag mal so, eine starke Niederlage gegen einen sehr, sehr guten Fighter, der vielleicht bald um den Titel kämpft. Ja, Mickey Gerl muss aufpassen, dass er hier nicht bald einen Rekord hat, der genauso viele Siege wie genauso viele Niederlagen zeigt. Wir machen weiter mit den Prelims, die es dann ab 2 Uhr nachts geben wird. Fangen an mit Rowe gegen Jake Matthews. Ausgeglichener Fight von den Quoten. Körpergröße, Philipp Rowe. Riesentyp. Mit 6'3 im. Das Ganze findet im Wältergewicht statt. Beide kommen aus einer Niederlage. Das ist ein Fight, ohne den beiden Kämpfern natürlich zu nahe treten zu wollen. Vom Matchup passt das gut. Kann mir aber nicht vorstellen, dass einer von beiden in nächster Zeit irgendwie in die Top 10 reinkommen wird. Von daher passt das, weil jetzt keiner irgendwie jemanden bekommt, der gefühlt, weiß ich nicht, deutlich an Qualität über dem anderen steht. Könnte ein spaßiger Fight werden. Könnte auch einer sein, wo sich die Gegner einfach beide neutralisieren. Grant Dawson, das ist für mich schon ein interessanter Fight gegen Joe Solecki im Lightweight, weil Grant Dawson muss jetzt abliefern. Kampfrekord 20-2. Sieht immer noch geil aus. Starker Grappler. Beim American Top Team auch ein super Team um sich herum. Aber natürlich die letzte Niederlage gegen Bobby Green, das war eine üble. Da hat er seinen Shot, seine Chance bekommen. Und wenn wir uns angucken, davor hat er ja, also mit Jared Gordon, Marco Madsen, rein vom Grappling natürlich, Damir Ismail-Gulov, gute Gegner gehabt, die er bezwingen konnte mit seinem Grappling. Aber gegen Bobby Green, ja, da kam er halt nicht rein in die Top 15. Die konnte er in diesem Fall nicht klacken. Oder war er schon drin und ist dann wieder rausgefallen. Aber er war auf jeden Fall auf dem Sprung rein und ja, dann ist er wieder rausgefallen. Joe Solekki, solider Fighter, kommt auch stark eher über sein Grappling. Deswegen könnte das hier ein interessanter Fight auf dem Boden sein. Oder die Takedown-Versucher neutralisieren sich und der Fight wird im Stand gehalten. Aber das ist häufig auch nicht so schlecht zwischen zwei Grapplern, weil wir dann einfach viele gute Treffer sehen und ja, viel Blut vielleicht fließt. mit den neuen Handschuhen. Aber Grant Dawson muss abliefern. Großer Favorit und ja, ich glaube auch, dass er diktieren kann, wo dieser Fight stattfinden wird. Almeida gegen Romanoff. Almeida, der ja seine Gelegenheit so ein bisschen verpasst hat, um den Titel vielleicht zu kämpfen, bei seiner Niederlage gegen Curtis Blades. Romanoff, der so ein bisschen die Kurve bekommen hat, weil er ja auch, ich glaube, dann zwei Niederlagen im Stück und dann hat er ja auch offensichtliche Ausdauerprobleme, auch körperlich, in keiner guten Verfassung, hat selber auch drüber gesprochen und gesagt, hey, da liefen auch privat einige Dinge einfach, die bei mir nicht ideal waren. Jetzt wieder so ein bisschen die Kurve bekommen, beide ungefähr gleich alt, große Vorteile bei Reichweite auf Seiten von Almeida. Das ist auch für mich, also Almeida großer Favorit, drei Runden. Ich traue Romanoff zu, dass er es schaffen kann, Almeida, oder dass er den Takedown abwehren kann. Zumindest die ersten. Wenn er dann irgendwann nicht mehr fit ist, wenn ihm ein bisschen die Puste ausgeht, ja, dann ist halt die Frage, das sind zwei Fighter, die zu einem Punkt im Schwergebicht als das nächste große Ding galten, wo man gesagt hat, das wird der nächste Champion, unglaublich gut, ungeschlagen oder kaum Niederlagen. Jetzt so ein bisschen Reality-Checks bekommen, beide auf andere Art und Weise. Ich meine, Almeida, ein verlorener Fight, ist jetzt nicht direkt das Ende für ihn, aber er muss jetzt natürlich weiter abliefern, wenn er seine Gelegenheit haben möchte. Ich meine, mit 32 und 33 beide nicht alt fürs Schwergewicht, die haben noch jede Menge Zeit. Ich bin gespannt, ob Romanoff die Takedown-Versuche abwehren kann und wie lange, weil ich glaube, ausdauertechnisch ist das weiterhin für ihn ein Sprint bergauf. Hier auch von den Quoten sehr ähnlich beieinander. Almeida 5 zu 0, Koppelhoff 12 zu 3, beides Striker. Almeida, der hatte einen Sieg beim Kickboxen gegen Alex Pader, kam dann über die Contender Series rein, hat in der UFC auch schon debütiert, das Debüt ebenfalls gewonnen, also ist jetzt angekommen, mit 36 5 zu 0 zu stehen als ehemaliger Striker. Ich denke, da muss man kein Prophet sein, um vorher zu sagen, dass Grappling hier wahrscheinlich die Achillesferse sein wird. Koppelhoff aber keiner, der es unbedingt ausnutzen wird. Wenn er verliert, häufig auch einfach wegen dem Grappling des Gegners durch Submission, das wird glaube ich hier nicht so eine große Rolle spielen, das heißt, hier glaube ich schon, dass wir beim Übergang von Prillims zur Maincard eine richtig schöne Knallerei im Stand sehen werden, im Mittelgewicht und leichter Favorit Almeida, aber das ist hier scheinbar wirklich ein Münzwurf, denn wenn der Fight im Stand bleibt, das hat Koppelhoff in der Vergangenheit schon gezeigt, dann ist das ein brandgefährlicher Gegner, ein Fight, auf den ich mich sehr freue. Damit springen wir auf die Maincard, fangen an mit Randy Brown, der der Favorit ist gegen Eliseo Saleski Dos Santos, sein Name wie ein Gemälde, ich hoffe ich habe den jetzt hier nicht kaputt gemetzgert, Randy Brown genannt Root Boy, der größere Fighter, mit der größeren Reichweite, der jüngere Fighter, das alleine wird nicht entscheidend sein, aber erklärt vielleicht auch ein bisschen in seine Favoritenrolle in diesem Fight, kommt aus zwei Siegen und natürlich mit knapp 1,90m im Weltergewicht, so ein, ich sag mal positiv, so ein langes Elend, sehr schwer gegen so jemanden zu kämpfen, gerade wenn man natürlich auch eher ein Striker ist, wie Dos Santos auf der einen Seite, wobei Randy Brown nicht zu unterschätzen auf dem Boden auch einiges der Mischensieger rausgehoben hat, so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an einen anderen Fighter auf dieser Kart, an Kevin Holland, der natürlich sehr lang ist, gut Power hat, aber auch auf dem Boden halt nicht zu unterschätzen ist und Eliseo Zaleski Dos Santos, Spitzname Capoeira, erinnert mich also so ein bisschen Michael Johnson Vibes bei ihm, ja Michael Johnson hat noch ein paar Niederlagen mehr, aber ist auch jemand an einem guten Tag und wir sehen hier Siege gegen Fachidinov, gegen Benoit Santeni, also gegen Sean Strickland, den er ausgenockt hat, also an einem guten Tag sorgt der mit seinem Striking bei so gut wie jedem für Probleme, aber bei einem nicht so guten Tag kannst du ihn natürlich auch wenn wir da kalt erwischen oder einfach er ist nicht unbezwingbar, aber wenn dieser Fight im Stand bleibt, glaube ich, dass wir hier einen richtig schönen Start in die Kart sehen werden, Rootboy ist der Favorit, ja, wenn zwei Striker aufeinandertreffen, einer hat so einen großen Reichweitenvorteil, dann noch ein paar Jährchen jünger, ist meine Tendenz auch eher zu dem, der die körperlichen Vorteile vielleicht hat, aber wenn Eliseo einen Sahnetag hat, traue ich ihm durchaus zu, dass er diesen Fight für sich entscheiden kann und Randy Brown in die Schranken weist, trotzdem wäre mein Tipp hier ebenfalls vorsichtig, Rootboy Randy Brown. Machen wir weiter mit Nico Price und Alex Morono, die vielleicht ein bisschen überraschend den Vorzug bekommen haben auf der Maincard, zumindest hier, wenn ich der ESPN-Seite glaube, vor Almeida und Romanoff, hab mich ein bisschen gewundert, weil, gut, Morono kommt glaube ich aus, lass mich nicht lügen, aus zwei Siegen, einem Sieg gegen Kurt McGee, kommt da rein, in diesen Kurt McGee auch schon wahnsinnig lange mit dabei, auch eine bewegende Geschichte als ehemaliger Drogenjunkie, dann die Wende geschafft über Mixed Martial Arts, coole Geschichte auf jeden Fall, der ist ja ewig schon mit dabei und Morono kommt aus einem Sieg, für Nico Price könnte es vielleicht sogar ein bisschen um den Job gehen, weil er ist ein aufregender Fighter, es macht Spaß ihm zuzuschauen, aber ich glaube seit 2018 hat er es nicht mehr geschafft, zwei Siege am Stück zustande zu bringen und das sind mittlerweile auch schon sechs Jahre. Gefühlt ein bisschen auch so eine Glaskanone, Nico Price meine ich jetzt nicht irgendwie respektlos, aber der kann auch hier tagesformabhängig, wenn er kommt und er erwischt dich, gehen bei dir die Lichter aus, aber wenn er den Schlag nicht trifft und der Konter kommt, dann gehen bei ihm die Lichter aus und ich glaube, da hat er mit Morono einen guten Tanzpartner gefunden, der ebenfalls Risiko geht, auch im Stand und vielleicht auch deswegen den Vorzug bekommen hat vor Almeida und vor Romanoff auf der Main Card, einfach weil man die Hoffnung hat, dass das ein Fight wird, der ein bisschen mehr abliefert für die Fans, nicht langweilig wird. Morono ist der Favorit, kann ich aufgrund der letzten Fights gut verstehen, das ist jetzt die Frage, wo sich entscheiden wird, ist Nico Price mit 34 schon abgewaschen, ist er schon am Ende, Tendenz geht für mich eher zu ja, wenn ich mir die letzten Fights anschaue und deswegen würde ich auf Morono hier tippen, aber Nico Price, wie gesagt, an einem guten Tag, ist das einer, der auch mit dir den Boden wischt. Kevin Holland gegen Mikael, immer Angst, den Namen komplett kaputt zu reden, Oleg Cechuk, einfach schnell aussprechen. Kevin Holland, schwierig, er ist großer Favorit in diesem Fight, minus 290, wenn wir uns die letzten Fights angucken und Oleg Cechuk, sein Gegner, ist ein sehr, sehr guter Striker und hat definitiv seine Schwachstelle beim Grappling und wenn er die letzten Fights verloren hat, hier technische Submission, Submission Rear Naked Choke, das war eine Decision, aber hier Submission Kimura, Submission Shoulder Choke, das ist die Spezialität von Sun Pru, darüber wirst du ihn knacken können und Kevin Holland ist natürlich, selber auch wenn wir auf seinen Rekord gucken, 7 Submission Siege, Schwarzgurt, der ist dazu fähig, seinen Gegner auszujoken, wenn er ihm die Gelegenheit gibt, aber ich komme einfach bei Kevin Holland nicht drum herum zu sehen, Venom Page, Jack Dillard, Maddalena, Ponsinibio, da hat er natürlich schlussendlich gewonnen, aber das war ein Fight, ich glaube nach Punkten war er da auch hinten, nehmen wir das vielleicht in Klammern auf, Wonder Boy, das sind jetzt einige Fighter gegen eher reine Striker, wo er verloren hat, Michael Chiesa, Grappler, den Fight hat er gewonnen und Oleg Chiesa passt so ein bisschen in dieses Muster, weil er halt selber ein sehr, sehr guter Striker ist und wenn er halt verliert, sind es meistens die Jungs, die auch auf dem Boden gefährlich sind. Ich weiß, Kevin Holland hat diese Fähigkeit und darum erkläre ich mir auch, warum er der große Favorit ist, aber Bauchgefühl sagt mir, dass Oleg Chiesa hier vielleicht überraschen wird, er muss es wirklich nur schaffen, Kevin Holland dann im Notfall von sich fernzuhalten oder Kevin Holland versuchen in so ein kleines Gentleman Agreement reinzuziehen, ja komm, dann bleib doch im Stand, vielleicht auch auf der Pressekonferenz, die ja von Donnerstag auf Freitag stattfand, ich spreche jetzt quasi in der Vergangenheit, obwohl ich das Video jetzt am Freitag quasi rausbringe, aber die Pressekonferenz habe ich noch nicht gesehen, Video nehme ich jetzt hier am Donnerstag auf, auch immer schwierig, weil ich weiß halt nicht, wie das mit den Weightcuts aussieht, welcher Fighter hat den Weightcut vielleicht nicht geschafft, aber gut, Donnerstag, Feiertag, da habe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit dafür genommen, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass der Mann aus Polen es schaffen wird, dass Kevin Hollands Weg weiter nach unten zeigen wird, mit jetzt zwei Niederlagen am Stück, dann vielleicht drei, auch wenn er definitiv die Stärken hat, um beim Grappling auch Oleg JJ zu submitten, ich weiß nicht, Bauchgefühl sagt mir, Kevin Holland wird hier nicht als Sieger aus diesem Fight rausgehen, Sean Strickland gegen Paolo Costa, Strickland, Favorit, jetzt nicht weltbewegender Favorit, aber schon doch deutlicher Favorit, minus 245, Körpergröße ungefähr gleich, Reichweite, großer Vorteil für Strickland, könnte vielleicht eine Rolle spielen beim Jab, Gewicht ist bei Paolo Costa ja immer so eine Frage, ob er das, ich meine in letzter Zeit sah es sehr, sehr gut aus, wieder top austrainiert, nicht mit zu viel Massen rumlaufend, auch dazwischen, bei Strickland das eigentlich nie ein Problem, da immer sehr, sehr erfolgreich gewesen, natürlich kann man sich auch bei allen Breakdowns immer noch ein bisschen auf diese, auf die Genauigkeit bei signifikanten Treffern konzentrieren, die ist bei Paolo Costa ziemlich hoch, bei Strickland nicht, Strickland, vielleicht ist das noch nochmal so, zeigt ganz gut, dass Strickland einfach mit sehr, sehr viel Volumen kommt, wenn du natürlich bereit bist, drei, vier, fünf Schläge zu werfen, auch wenn nur die Hälfte trifft, machst du am Ende wahrscheinlich mehr, als wenn Costa sich diese zwei, drei Treffer sehr, sehr gut überlegt, die er wirft. Ausdauer wird ein Thema sein, die Takedowns glaube ich persönlich nicht, dass das eine große Rolle spielen wird in diesem Fight, weil ich glaube, es ist einfach nicht das Spiel von Paolo Costa, auf diese Takedowns zu gehen, auch wenn er das durchaus mal gegen Luke Rockhold gemacht hat, aber es ist eigentlich, gehört nicht zu seinem normalen Gameplan, das zu machen. Strickland macht das vielleicht schon einen Tick eher, wobei ich bei Strickland glaube, dass Paolo Costas körperliche Präsenz vielleicht ihn eher davon abhalten wird, weil man sagt, das kostet zu viel Energie, den jetzt auf den Boden zu bringen und dann vielleicht eher drauf verzichten wird. Es wird ein Fünfrundenkampf sein, im Mittelgewicht, obwohl es um keinen Titel geht, obwohl es im Co-Main-Event ist, das wird interessant sein, weil Strickland wird hier zwei entscheidende Waffen mit reinbringen, das ist einmal sein Jab und dieser Frontkick zum Körper. Und die Frage ist, wie geht Paolo Costa damit um? Wenn man sich den Fight nochmal anschaut gegen Uriah Hall, auch wenn Paolo Costa dort gewonnen hat, da ist er dann, da hat er einfach Uriah Hall irgendwann gebrochen mit seinen eigenen Treffern. Aber dieser Jab hat ihm große Probleme bereitet und Strickland ist auch wegen dieser Philly-Shell-Defensive mit dem Jab sehr, sehr schnell unterwegs. Und das könnte vielleicht für Costa ein Problem werden. Bei Costa denke ich, der Weg zum Erfolg wird es auch sein, hier den Druck von Strickland umzukehren, selber Strickland mit dem Rücken an den Käfig zu stellen und vor allen Dingen Strickland einfach weh zu tun, ihn zögerlich zu machen. Da einen Powerpunch früh ins Ziel zu bringen, nur dass Strickland weiß, ich muss hier aufpassen, der Typ knipst mir die Lichter aus, dass das Kinn von Strickland nicht komplett sattelfest ist, also dass du ihn durchaus ausknocken kannst, hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, auch im Weltergewicht, auch im Mittelgewicht. Und Costa hat diese Power. Aber wenn er jetzt sehr eindimensional kämpft, einfach nur versucht als Tank, als Panzer da nach vorne zu kommen, Strickland nach hinten zu pushen und dann immer mit denselben Kombinationen und immer nur mit einem Kick zum Körper kommt, das wird Strickland relativ schnell durchschauen und dann sein Spiel darauf anpassen. Costa muss das einfach ein bisschen variabler halten. Kicks zu den Beinen, Kicks zum Körper, Kicks zum Kopf. Dann, wenn Strickland versucht, vielleicht auch mit seiner Filichelle-Defensive einen Kick zum Körper abzublocken, festzuhalten, dann nach oben zu gehen, um Strickland anzuklingeln und den Fight für sich zu entscheiden. Trotzdem, glaube ich, fünf Runden spricht für Strickland, hat einen guten Lauf, ist sehr aktiv gewesen. Auch gegen Drickus war das ja ein knapper Fight. Ich glaube, er wird Tempo machen, er wird Druck machen. Paolo Costa dann nach hinten manövrieren, selber an den Käfig stellen und Strickland wird den Fight, glaube ich, über die Punkte mit nach Hause nehmen. Hauptkampf. Es geht um einen Titel und wie gesagt, das Einwiegen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, diese, worüber jetzt schon wieder gesprochen wird, hat Islam Makachev so eine Staphylokokken, eine Staph-Infection. Fragezeichen, an seinem Schienbein war etwas zu sehen beim offiziellen Fototermin. Auch bei Benoit Saint-Denis gab es das zu sehen und schlussendlich hat man im Fight gesehen. Ja, das hat seine Performance beeinflusst. Ich schätze das Team von Islam Makachev so ein, wenn da wirklich irgendwas Schwerwiegendes vorliegen würde, dass die sagen, du kämpfst nicht. Weil warum als Champion das Risiko gehen? Gut, es würde wahrscheinlich viel Spott geben von Fans, die entweder Islam nicht mögen oder die sich auf diesen Fight gefreut haben, von anderen Fightern. Ich schaue da so ein bisschen in die Richtung von Conor McGregor, die sagen würden, ja klar, natürlich zieht er wieder raus aus diesem Fight. Aber wenn du nicht, hat man ja bei Benoit Saint-Denis gesehen, nicht 100% bist, warum das Risiko eingehen. Bei Benoit Saint-Denis nie andere Situationen. Er wusste, aber wenn ich den Fight jetzt nicht wahrnehme, wer weiß, wann die Gelegenheit wiederkommt. Islam bleibt Champion, auch wenn er jetzt nicht antreten kann. Ja, die UFC wird pissed sein, aber was soll's. Im Worst Case machen die einen Interim-Titel-Kampf von Pori gegen, gut jetzt, zwei Tage vorher gegen gar keinen mehr, aber das wäre der Worst Case oder man wird es einfach neu ansetzen. Deswegen glaube ich, dass vielleicht was war, aber dass ihn das nicht so sehr beeinflusst, weil das Team sonst, glaube ich, da eingeschritten wäre. Bei Pori sind jetzt auch ganz viele. Ich meine, Islam ist ein großer Favorit. Ich glaube, größter auf der Kart, minus 600 zu 400. Der Kampfste, auch wenn wir uns hier die Statistiken ansehen, Reichweite, leichte Vorteile für Pori, aber auch nicht irgendwie herausragend für diese Gewichtsklasse. Beide ungefähr gleich groß. Beide kämpfen Southpaw, also mit der starken linken hinten. Das könnte eine interessante Nummer sein für beide Fighter, wobei Dustin gerade gegen Connor gut eigentlich mitten im Southpaw-Kämpfer, zumindest bei den letzten Aufeinandertreffen, zurechtgekommen ist. Hier sehen wir auch, was Islam für mich so gefährlich macht. 72 Prozent Genauigkeit bei den Strikes. Der überlegt sich seine Treffer ganz genau und wird halt auch nicht wirklich oft getroffen. Takedowns, natürlich definitiv stark von Islam, 60 Prozent Erfolgsquote, aber der versucht es dann einfach weiter, auch wenn die Ersten scheitern sollten. Das ist eigentlich die Frage, die hier viele stellen. Schafft er es Pori auf den Boden zu bringen und kann Pori dort dann den Rear Naked Joke verhindern. Es gibt ja auch viel aus der Kategorie Aberglaube, was jetzt für Dustin Pori sprechen soll. Pori ist ungeschlagen in Nordamerika. Also in dieser Region, wo jetzt der Fight stattfindet. Habe ich nicht überprüft, ich habe einfach nur eine Stelle, weil ich gebe nicht so viel auf solche Statistiken, in Anführungszeichen. Das hier ist für mich was anderes, wenn ich mir jetzt alle Fights von Islam anschaue, wie ist seine Genauigkeit bei den Treffern. Das ist für mich mehr wert als irgendwelche Zufallstatistiken, wie Dustin Pori hat immer wenn er im Juni gekämpft hat, gewonnen. Da steht er 6 zu 0. Der Paolo Costa Fluch. Immer wenn Paolo Costa auf einer Kart war und nicht selber im Titelkampf war, nicht gegen Izzy, also immer wenn er nur auf der Kart war und nicht im Main Event stand, hat der Titelträger verloren. Ich glaube, das wird Islam Michaelchef nichts ausmachen und nicht jucken. Das werden keine Kopfspielchen sein. Auch, dass irgendwie die Straße, auf der die Arena steht, Lafayette Straße heißen soll. Ja, es ist schön, weil man dann natürlich nochmal so ein bisschen Nährboden hat für, boah, es wird einen riesen Upset geben, aber ich gebe halt auf solche Sachen nicht allzu viel. Pori muss natürlich versuchen, hier das Grappling nicht nur zu verhindern, sondern sich, ich hoffe, dass, und ich schätze sein Team so ein mit Mike Brown, dass man auch intensiv studiert hat, was hat zum Beispiel Alexander Volkanovski gut gemacht. Denn das waren keine Zufallsprodukte, warum Volkanovski auch immer wieder nach oben gekommen ist. Das waren einfach Resultate von sehr, sehr guter Vorbereitung, gutem Training, wann er wo die Hüfte blockiert, wann er wo umgreift, wann er wie sich selber bewegt, seine Hüfte, das sind einfach Sachen, das muss Dustin hier hinbekommen. Ich glaube, wirklich fest daran, auf diesem hohen Niveau ist es einfacher, einen Takedown zu verhindern, als ihn gegen einen Gegner, der weiß, was ich machen möchte, durchzuführen, aber Islam ist einfach so stark in dem, was er macht. Dazu geht er im Stand relativ wenig Risiko. Versteht mich nicht falsch. Wenn er sich vor Dustin Poirier hinstellt und mit Dustin Poirier Fäuste austauscht, so wie das Benoit Sontini gemacht hat, im Infight, dann wird Islam Makachev bewusstlos auf dem Boden liegen und Poirier wird der neue Champion sein. Poirier hat sehr gute Nehmerqualitäten, Poirier hat unglaublich schwere Fäuste, rechts wie links. Das wäre dämlich, sich vor ihm hinzustellen und zu sagen, komm, wir tauschen ein paar Schläge aus, genau dort, wo Dustin stark ist. Und das wird Islam, glaube ich, einfach nicht machen. Er wird mit dem Grappling-Vorteil, wohlwissend auf seiner Seite zu haben, wird er freie Kicks schmeißen. Poirier wird sehr zögerlich sein, glaube ich, Kicks zu schmeißen, egal in welcher Höhe. Die Wade ist natürlich angreifbarer vielleicht als irgendwo der Körper, weil den Körperkick, den fängst du schneller ab. Bei der Wade wird es schwieriger, da so nach unten zu reichen. Das ist eine Taktik, die kann ich mir durchaus vorstellen, weil wie stark diese Waffe sein kann mit den Kaffkicks, hat man bei Poirier gegen Connor gesehen, als das den Kampferlauf komplett beeinflusst hat und in eine andere Richtung verfrachtet hat. Also die Wade von Islam zu bearbeiten, sich möglichst nicht mit dem eigenen Rücken in Käfignähe aufzuhalten für Poirier, also beweglich zu bleiben und die Gelegenheiten, die er bekommt, einfach eiskalt auszunutzen. Aber das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Fast alles spricht hier für mich, für Islam, außer jetzt, boah, es wäre geil für Dustin, wenn er in vielleicht einem seiner letzten Fights doch nochmal den Titel holt im dritten Anlauf. Ich gönne es ihm. Keine Frage, Dustin Poirier hat unglaublich viel geleistet, 30 Siege mittlerweile schon geholt in seiner MMA-Karriere, aber gegen Islam Makachev ist das für mich ein Duell. Islam macht all das, was auch Khabib sehr gut gemacht hat und noch einige Sachen sogar besser, gerade wenn ich mir das Striking angucke. Und da wird es für Poirier einfach sehr schwer. Es gibt immer den X-Faktor, wenn er früh in guten Treffer landet, kann das den Kampferlauf auf den Kopf stellen. Wenn er Islam irgendwo mal hat und denen auch wehtun kann, dann glaube ich, Poirier wird blutrünstig hinterhergehen und dann auch das Finish holen. Aber Islam in dieser Position zu bekommen, wird nicht einfach, weil mit jedem Takedown, mit jeder Kontrolle, einmal wird er die Psyche abfacken von Poirier, der wird vielleicht zweifeln an sich. Wenn das Team ihn super eingestellt hat und er kann es abschütteln und er sagt, super, die nächste Runde beginnt wieder im Stand und er lässt sich davon nicht irgendwie einschüchtern, dann wäre das schon eine Riesenleistung von dem Team. Aber da wir alle Menschen sind, bezweifle ich das. Ich glaube eher, wenn Islam ihn packen und auf den Boden bringen kann, dass die ganzen Selbstzweifel dann irgendwann wiederkommen werden, er auch an sich zweifelt und du wirst natürlich auch müder. Dann kommen die Fäuste nicht mehr so schnell, vielleicht auch nicht mehr so kraftvoll wie am Anfang. Ja, das ist einfach ein Fight, der vom Stil für Dustin Poirier nicht gut ist. Das heißt nicht, dass er nicht gewinnen kann, aber nur um jetzt hier einfach auf den Upset zu tippen, ja, es gibt einige Zufälle, die vielleicht für Poirier jetzt sprechen mit diesen im Juni umgeschlagenen der Paolo Costa-Fluch und was auch immer. Aber nur darauf jetzt irgendwie eine Prognose aufzubauen, rein von der Prognose her, wenn Isna Makachev bei 100% ist, wird er sein Grappling einsetzen, daraus macht er auch kein Geheimnis. Sein Grappling ist, was die Kontrolle angeht und den Fight auf den Boden zu bringen, besser als das von Dustin Poirier. Und dann wird er den Fight, glaube ich, entweder über die Punkte oder über eine Submission gewinnen. Wenn Poirier es schafft, entweder Islam früh weh zu tun, durch ein paar Calf-Kicks elementaren Schaden anzurichten oder Islam vielleicht wirklich eine Staff-Infection hat und ihm dann die Luft ausgeht, wenn er ähnlich wie Benoit Sontini weiß, ich hab nur ein, zwei Runden, aber das wäre ein dummes Risiko, was er eingeht, er und sein Team. Aber nehmen wir mal an, das wäre so. Dann könnte der Diamant tatsächlich glänzen und sich im dritten Anlauf den Titel holen. So sehr ich diese Hollywood-Märchen mag mit einem dritten Anlauf und die Tochter ist auch in der Arena und man gönnt es ihm. So selten funktioniert die Realität einfach so. Ich denke, Islam Makachev wird auch hier der Spielverderber sein, seinen Rekord auf 26 zu 1 ausweiten und dann als nächsten Gegner Arman Saroukian ins Visier nehmen. Was für Poirier als nächstes ansteht, ob er sich noch motivieren kann für eine Trilogie mit Gagey, die dann im Endeffekt auch nicht wahnsinnig viel wert ist, außer er hat die Trilogie gewonnen für den vierten Fight mit Conor. Ich denke, die Entscheidung muss er treffen, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie brutal wird jetzt diese Niederlage, falls er denn verlieren wird. Versteht mich nicht falsch, wenn ich so eine Prognose abgebe, dass ich jetzt sage, ich halte meine Hand ins Feuer, dass der gewinnt, auf den ich jetzt tippe. Nein, dafür ist MMA ein viel zu verrückter Sport. Die Wahrscheinlichkeit, ich versuche das immer für mich so zu berechnen. Wenn beide zehnmal aufeinandertreffen, auf wen würde ich häufiger setzen, wenn beide ideal vorbereitet sind? Und das wäre bei mir hier einfach Islam Makachev von seinem ganzen Skillset her. Wünsche ich am Ende natürlich trotzdem beiden Fightern alles Gute und jedem, dass er 100% abliefern kann und vielleicht auch bei Poirier so ein bisschen das Herz mit dabei ist, weil man es ihm einfach gönnt wegen seiner Karriere. Ja, aber wir sind ja hier nicht beim Gönnjamin oder bei Wünsch dir was, sondern ich denke, Islam Makachev wird ähnlich wie Charles und auch wie Khabib Nomego Medov vom Grappling eine Nummer zu groß sein und Dustin Poirier wird dann leben müssen mit Ich bin niemals der richtige, rechtmäßige Champion geworden. Warten wir jetzt ab, am Ende ist meine Prognose auch nicht mehr wert als ein bisschen Blabla, am Sonntag sind wir alle klüger. Vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.